Mir ist eben einfach aufgefallen, dass diese Woke-Gruppe im Grunde genommen Spielverderber sind. Sie wollen die Gesellschaft spalten. Wir haben noch nie eine so gespaltene Gesellschaft gehabt. Also ich bin jetzt 63, ich bin in meinem Leben noch nie so eine gespaltene Gesellschaft gesehen wie jetzt, weil das Ganze Woke spaltet. Und damit ist eigentlich schon der Grundstock gelegt, dass die Leute sich gegenseitig hassen. Und das ist natürlich der ideale Boden für einen zukünftigen Krieg.